Das klappt manchmal schon, manchmal ja. Also ich kenne es so, dass das dann oft so bei Leuten so einen Widerstand erzeugt, wenn man in diese Dupac-Botschaften beschlagt. Schuldig, 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 schuldig! Schuldig, schuldig, schuldig! Zeugnatsch, Das mit den ganzen Klapaten ist schon bald. Pass mal, denke ich, auf. Ja, Leute, die Polizisten sollten sich auch mal fragen, warum alle von der Diktatur reden, ob wir alle Spinner sind oder so. Aber wenn sie sich die Gesetzesentwürfe nicht durchlesen, wenn sie nicht wissen, was hier los ist, und die meisten wissen das nicht, wenn ihr mit normalen Leuten redet, die denken, wir sind bescheuert, aber wir lesen die Gesetzesentwürfe und sie nicht. Und das ist schon ziemlich blöd. Wegen Unwissenheit. Ich meine, das ist einfach super gefährlich, unwissend zu sein. Super gefährlich. Ja, lasst die Bilder um die Welt gehen. Bitte alle meine Videos durch. Ich mache immer wieder Pausen. Ladet die runter. Tut sie auf Telegram, auf YouTube, weil ich kann das hier nicht. Ich kann nur filmen. Und ich bin angewiesen auf euch. Ja, sie laufen alle blind durch die Gegend. Ja, sie wissen nichts. Nichts. Und vor allem die jungen Leute. Also hier muss ich sagen, heute ein paar junge Leute sind da. Ich zeige euch mal, damit ihr ungefähr seht. Also es sind schon, es ist heute sehr bunt und sehr gemischt. Viele Frauen sind da. Die Piess-Fahnen. Können wir mal zusammenrufen jetzt? Wir sind ja souverän. Sollten, wir sind da. Hey. Sollten! Hopefully, wir sind da. Kommt, wir sind da. Kommt. Kommt, wir sind da. Kommt, wir sind da. Kommt, wir sind da. Es gibt verschiedene Techniken, mit denen jeder so drüber steigt. Du zeigst jetzt vom Schmusen zurück, vom Gruppenkuscheln? Nein, die müssen ausgetauscht werden. Ja, das passiert wegen der emotionalen Bindung, die die aufbauen. Das wird dann immer ausgetauscht werden. Wollen wir das machen oder nicht? Wir sind der Souverän. Wir sind der Souverän. Machst du mit? Wir fangen an. Wir sind der Souverän. Machst du mit? Wir sind der Souverän. Bist du Abgeordnete? Bitte sag der Regierung, sie soll rauskommen und sich das angucken. Seit 6 Monaten. Ich geh extra durch. Bitte, bitte. Wir sind der Souverän. Also macht ihr mit. Wir rufen jetzt, wir sind der Souverän. Okay? Wir gehören doch zu den Linken, ne? Ja, das kann man jetzt gar nicht mehr, aber ist doch egal. Aber ist doch egal. Ja. Ist doch wurscht. Es ist egal. Jetzt, ich bin da. Was? Ich bin nicht links, ich bin nicht links, ich bin da. Ich bin nur drin, das, alles. Er sagt ja jetzt gar nicht, er ist weder links noch rechts. Ja, das bin ich auch. Aber eure schwarzen Masken sagen, dass ihr doch irgendwo auch was tut, was sie wollen. Ja, aber wir brauchen keine Angst zu haben, keiner von uns. Weil wisst ihr, ihr müsst euch alle fragen, wo sind wir registriert worden? Haben wir unterschrieben für irgendwas, das uns irgendeiner besitzt und sagt, mach das, mach das? Wir müssen dann alles hinterfragen und bei wem wir registriert werden. Ihr habt euch gehört. Ich muss euch hier, ihr habt euch auch gehört. Ihr habt euch gehört, ihr habt euch gehört, ihr habt euch gehört. Haben wir wirklich gehört? Alles geht gant 이, ihr habt euch gehört. Alles geht bei dir. Alles geht, was wir? Alles geht, was wir? Ich bin gut. Ich bin kein Problem. Allgüß, auf der Duft Auto, Das ist eine große Herausforderung. Ich bin nicht wirklich gut drin. Wir haben uns ja ruhig gekauft, mit Hundestoffeln in die Brücke zu decken. Wir sind das Volk! Ich hab noch mehr, ich hab einen Apfel, ich hab einen Bananen, ich hab einen Eis aber auch noch Salamischübchen, Bio, Bio Salamischübchen, Moment, 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 da kommt ja noch mehr Nachschub. Schnell verstecken, gell? Das sind die Grünen, oder? Schnell verstecken. Mit Maske innen drin. Oh, die Wasserwerfer, die Wasserwerfer, die Wasserwerfer, ihr seid echt! Oh! Deeskalierend ist das nicht! Wasserwerfer, ihr spinnt wohl! Das ist Diktatur! Das ist Diktatur! Wasserwerfer, Wasserwerfer, wo ist der Vorgesetzte? Ich möchte den Vorgesetzten sprechen! Wo ist der Vorgesetzte? Wo ist der Vorgesetzte? Wo ist der Vorgesetzte? Wirst du mir viel erschießen? Beim Erschießen seid ihr auch schnell dabei! Na klar, weil es schön ist! Sag mal, was sollen die Wasserwerfer? Was sollen die Wasserwerfer? Was sollen die Wasserwerfer? Das sind keine Wasserwerfer! Doch, das ist ein Wasserwerfer! Ja, das ist Spaß! Paula, es war ein Spaß! Die bewerfen uns jetzt mit ihren Wasserflaschen! Oh, ein Auto fährt weg! Und die lassen jetzt den Wasserwerfer vorfahren! Das gibt's doch gar nicht! Hat hier jemand Gewalt gemacht? Ist der nächste Befin erschienen? Hey Leute, wir sind friedlich! Warum holt ihr die Wasserwerfer? Warum holt ihr die Wasserwerfer? Hey, hier ist keiner gewalttätig! Noch nicht! Wie noch nicht? Bist du auch von der Polizei oder was? Bist du von der Polizei? Nein! Hey, wo ist der Vorgesetzte? Ich möchte wissen, was die Wasserwerfer hier machen! Die Wasserwerfer von euch aus! Was ist hier los? Die Wasserwerfer! Wer ist gewalttätig gewesen? Schaut es euch an, Leute! Schaut es euch an! Da! Die Wasserwerfer! Das ist hier! Das ist die Fekte! Das ist das! 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 Wasserwerfer! Wasserwerfer! Zwei Stück! Schaut euch das an! Schaut es euch an! Zweimal! Zweimal! Guckt mal! Die haben die Wasserwerfer verholt! Die haben die Wasserwerfer verholt! Warum unterstützt ihr das? Warum? Ist das eine Antwort? Das schützt ihr! Das schützt ihr! Seid ihr ruhig! Seid ihr ruhig! Seid ihr ruhig! Was soll das mit den Wasserwerfern? Wir sind friedlich! Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Was ist das, was ihr mit eurem Volk habt? Ihr seid ja wohl nicht mehr ganz bei Trost. Wasserwerfer, ihr braucht Wasserwerfer. Das ist Diktatur. In der Russland setzt man keine Wasserwerfer ein. Da ist es nicht erlaubt. Schämt euch, schämt euch. Geh nach Hause, Mensch. Geh jetzt nach Hause. Warum, wegen den 3.000 Euro? Ist das gut, so was mitzumachen? Könnt ihr dahinter stehen? Wie könnt ihr das mit unterstützen? Wie könnt ihr das? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Wir sind das Volk. 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 Die Leute sind auch super gut vorbereitet, ihr wollt sich mir auch noch mitnehmen. Ich habe ihn auch besprochen. 44689, du bist klasse! Wir lieben dich! Wir lieben dich! Ich habe ihm auch besprochen, ich wusste nicht. Der Mensch keine Nummer sein sollte. In Auschwitz wurden nur noch Nummern vergeben. Genau solche Menschen sind Helden! Hey, was ist das? 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 Wasserwerfer! Wasserwerfer! Wirklich? Voll Teufel! Voll Teufel! Wirklich? Oh nein! Was ist das? Echt? Aber es ist das? Was? Was ist das? Was? Was ist das? Nein, nicht so. Hier, das Herz müsst ihr fragen. Geht doch einfach nach Hause, euch passiert gar nichts. Leute, da sind nur 10.000 Liter drin, die sind in 10 Minuten leer. Was passiert, wenn die Idioten nicht mehr da, die für euch geht? Leute, da stehen die Wasserwerfer bereit. Die Wasserwerfer, ich habe es euch gesagt, es war gestern eine Finte in den Zeitungen. Die haben gesagt, sie machen das nicht, überall stehen Wasserwerfer. Das ist schon eine Diktatur. Wacht mal auf und alle, die den großen Klappen haben, die noch nicht mal den Gesetzesentwurf gelesen haben, die sollten mal auf die Straße gehen oder das Gesetz lesen und dann hier herkommen und verstehen, was hier mit euch passiert. Ihr schlaft doch alle nur. Teilt das weiter genau an die Leute, die nicht hier sind. Die sind nochmal rein. Jetzt kommt ihr mal rein. DankeLEY-Juggen. All shootings'nach'nach'nach'nach'nach'nach'nach'nach'nach'nach'nach'nach'nach'nach'nach'. Damit sich das Wagner-Juggen nicht mehr bei ein paar Niederhafte und sie haben zero auf der R Look schöne deine Sahas'nach'nach'. Das sind Bilder. Das sind Bilder, die gehen in die Geschichte ein. Versteht ihr? Wasserwerfer. Hier sind alle friedlich. Hier mit Schwimmflügel sogar. Schau mal hier. Schwimmflügel voll vorbereitet. Klasse. Scheine und Herzen. Scheine und Herzen. Das funktioniert seit 5000 Jahren. Das funktioniert im Jahr 2020 auch. Bei wem sind wir registriert? Ihr seid alle eine Nummer bei irgendwem registriert. Und ihr holt die Wasserwerfer. Ihr spinnt. Wasserwerfer ist eine Diktatur. Russland hat keine Wasserwerfer. Was? Nein. Nein, in Russland ist Wasserwerfer verboten. Das ist, weil die sich das nicht aufhören. So ein Wasserwerfer kostet eine Million Euro. Das haben wir auch schon. Ein Wasserwerfer kostet eine Million Euro. Da sind 10.000 Liter drin. Wenn der auf Vollgas läuft, ist er in 10 Minuten leer. Das sind 4000, 5000, keine Ahnung wie viele Leute. Ganz vieles. Dann macht hunderte nass. Dann sind die Dinger leer. Und bis sie die nachgeladen haben, das dauert. Ah, nein, nein, nein. Wir haben am 17. Juni stehen noch weitere. Gut, aber es gibt nur 12 in Deutschland. Wir haben maximal 12 Wasserwerfer in Deutschland. Es sind heute in Berlin. Weil es gibt nur 12 in ganz Deutschland. So, wenn die alle leer sind, dann stehen wir hier immer noch. Es ist nicht... Ey, Polizei! Wir rufen die Polizei auf, die Wasserwerfer zu entfernen! Es ist eure Entscheidung, die einzusetzen. Ihr müsst das nicht tun! Wenn ihr alle zusammenhaltet, haben sie keine Chance. Weil es jetzt nichts passiert! Euch kann nichts passieren! Geht einfach zur Seite und bringt diese Wasserwerfer zurück, woher sie kommen! Die haben wir bezahlt! Jetzt hat die Angela Merkel ja auch so einen roten Knopf, wo dann Wasserwerfer machen soll. Nicht einsetzen! Das ist eure Entscheidung! Geht nach Hause! Dann sind wir alle zusammenhaltend... Bringt die Wasserwerfer hier weg! Wir sind friedlich! Und du, junger Mann, deine Mutter hat dich geboren, damit du Wasserwerfer hier beschützt! Ist das euer Ernst? Euer Ernst! Die Polizeichefin sollte sich in Grund und Boden schämen! Nicht alle Polizisten, das stimmt mit Nummer. Es gibt Polizisten, die Mocken. Die, die nicht dafür sind. Ja, ich merke das auch! Das sind viele! Das sind viele! Die stehen da oben und sie freuen sich, weil sie die Anweisung von dort oben bekommen! Das sind die Betäter! Ganz genau da oben stehen sie! Die geben die Anweisung und die führen sie aus! Wir werden gegeneinander aufgehört! Teile und herrschen! Teile und herrschen! Geht doch einfach nach Hause! Nein! Als Kind habe ich den Spruch ja gar nicht verstanden! Als Kind dachte ich immer, man soll teilen, sein Brot und so. Und ich habe es nie verstanden! Ich musste erst irgendwie schürzen werden, um es zu begreifen. Oh, die Roten, die Roten, die Roten, die Roten Helme sind übel! Ihr dürft zuschlagen! Die Roten Helme, die? Das sind die Roten, die sind übel! Ah ja, okay. Also Paula sagt... Die Grünen, die sind nur, wenn die Roten nicht mehr klappt. Nein, echt? Vom Marschen! Ah, geil! Okay, also hier, Paula weiß Bescheid, also er hier vorne, ist dann der, der da draufhört, und der, der da nicht mehr rum kann, und der dahinter, der mit dem Jungen roten. Spannend! Wasserwerfer, ist das echt euer Ernst? Spannend! Ich bin süß! 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 Aber wir sind friedlich! Aber wir sind friedlich! Und bei uns haben wir Wasserwerfer! Wasserwerfer für friedliche Menschen! Ihr spinnt ja komplett! Wirklich! Was habt ihr im Kopf und im Herz? Die Polizei hat sich heute Zielschießen vorgenommen. In der Menge ist Antifa verteilt und die wollen die Antifa punktuell dann jetzt rausschießen. Auch sportlich. Hier habe ich die Seite. Sie sind eingegangen, die Polizei hat sich gerade zuigen. Jetzt ist er auf die Bundeskarte. Wir sind friedlich. Was seid ihr? Wir sind friedlich. Was seid ihr? Wir sind friedlich. Was seid ihr? Wasserwerfer, schämt euch in den Boden. Guckt ihr das mal an. Das sind Maschinenmenschen. Das sind Maschinenmenschen ohne Herz. Die Menschenphobie ist schon ganz praktisch. Vielleicht habt ihr schon eine Impfung bekommen, deswegen seid ihr schon genmanipuliert. Unglaublich, unglaublich. Ich hätte noch was essen sollen, bevor das hier so eskaliert. Scheiße. Ja, ich merke auch, wie ich gerade unter Zucker so lange war. Moment, können wir picknicken? Achso, ich habe einen Nimmzwei. Willst du den Nimmzwei? Ja, ich glaube, wir sind Zuckertüte schon. Warte mal, ich habe einen Locker. Am liebsten will ich eigentlich Salami essen. Aber ich will vielleicht so viel picknicken. Ich habe auch eine Decke bei. Salami, ja. Ich habe ein Salami-Brot auch dabei. Ich habe nur Salami-Stücken. Ich bin nicht so ein Brotesser. Ich bin ja so ein Fleischfresser, der dann lobt. Wer gibt eigentlich dort einen, der sich in den Boden hat? Ja, Leute, so sieht es aus. Wasserwerfer. Wasserwerfer können Sie einsetzen. Hier, die stehen nur bereit. Da hinter mir. Zwei Stück. Zwei Stück am 17. Juni stehen noch weiter zum Nachschieben. Die sind einfach unter den Schirm zu stellen, wenn der Wasserwerfer so ein... Tragst doch mal die Schirme darüber! Ja, Wasserwerfer einzusetzen gegen friedliche Leute ist schon ziemlich bescheuert. So was habt ihr die Welt noch nicht gesehen. So was habt ihr die Welt noch nicht gesehen. Die Menschen denken, sie 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 denken. Geht einfach nach Hause und ihr habt keine Probleme. Ihr seid in einem Boot mit uns. Diese 3.000 Euro, die sind nicht viel wert. Wir kümmern uns drum. Brauchen Sie bloß Branschein lassen. Morgen, danke. Wir kümmern uns drum, dass ihr Geld bekommt. Wir haben Leute hinter uns. Das ist so eine Mannschaft, die sich außerdem haben. Wenn ich will, hat man so nie, wenn wir alle zu Hause bleiben sehen. Ihr verkauft euch so billig. Das ist so eine Mannschaft. So Leute, ich werde jetzt wieder Schluss machen. Für alle, die hier sind, bitte helft mir mit. Teilt dieses Video, ladet es euch runter auf allen Telegram-Kanälen. Auf allen. Und ich komme gleich wieder, okay? Bitte teilt es. Runterladen, überall verteilen. Damit die ganze Welt sieht, was in Berlin los ist, okay?